Herzlich Willkommen zu einer weiteren Runde Borderlands 2. Gehen wir mal hier rein. Die View-Signatur bestätigt. Hallo Sexy, bitte Passwort eingeben. Das Passwort lautet, ich liebe dich. Ich hoffe der Stimmmodulator funktioniert, sonst war das alles umsonst. Ich liebe dich. Zugang gewährt. Nimm es als eine letzte Warnung. Nein, nimm es als meine letzte Warnung. Kehr um. Und ich verspreche dir, ich mach's kurz. Aber ich schwöre dir, einen Schritt weiter und jeder Menschen Sanctuary kann im Sternen zusehen, wie ich ihm seine Lunge aus dem Leib reiße. Von dem lassen wir uns so nett abschrecken. Redium allein kann den Kammerschlüssel nicht aufladen. Man braucht einen Katalysator. Etwas, das seine Kraft erweckt. Man braucht... eine Sirene. Jack hat sich seinen Sirenenkatalysator vor langer Zeit gesichert. Er versteckte sie jahrelang vor der ganzen Welt. Aber endlich kannst du sie befreien. Ich registriere, dass du dich näherst. Beeil dich und stoße zu mir. Du musst den Kammerschlüssel holen und mich ausschalten. Stimmt jetzt witzig hier drin. Phasenverschiebung wird ausgeführt. Der Schlüssel ist hier. Aber... Um zu verhindern, dass Jack den Krieger erweckt, reicht es nicht, den Kammerschlüssel zu stehlen. Du musst auch seinen Katalysator zerstören. Du musst euch... Zerstören. Jack pumpte mich jahrelang mit Iridium voll und benutzte mich, um den Schlüssel aufzuladen und seine Gegner zu manipulieren. Werden die Iridium-Injektoren zerstört, die mich am Leben halten, wird der Schlüssel nicht weiter aufgeladen. Und eine lebenslange Knechtschaft endet, als... Von meiner Tochter, verdammt! Verdammt, was soll das? Ängel! Ich halte dich auf, du Verstander. Ah, die Knochen. Die Iridium-Injektoren. Zerstöre sie! Oh nein, die Iridium-Injektoren! Schüttel hoch! Nein, ich versuche, die Iridium-Injektoren reinzulegen. Was ist das? Nein, ich versuche, aber ich sollte romanen bisику. Halt! 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 Das war's für heute. Momentan habe ich doch alles unter Kontrolle Ja, geht schlecht Äh, Entschuldigung, du hast da so ein komisches Kraftfeld hingesetzt Guck mal, ob die Granate da reinfliegt Ah, perfekt Ja, aber ich muss meine Schrotflinte rausholen Das hat keinen Wert, äh, wo ist sie denn? Ja 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 Roland, wäre geil, wenn du helfen könntest Ja 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 Stürme Bamm! Treff! Bamm! 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 Oh, nein! Oh, jetzt noch Badass! Bamm! Komm, regenerier dich, regenerier dich! A.B. You get tired! Bamm! 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 L Sleeping Wie war der Bedeut? lol komm, krabbel schneller, krabbel schneller wie, ich kann da nicht rein? nein ich muss das noch mal von vorne machen naja, perfekt, dass ich darf auch sterben kommt. tut, dass ich mehr aufhören? bist du dran Scheiße Platz kann ich sein geschützt nehmen es ist es es Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Da ist noch einer Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Wir müssen hier weg! Alles klar! Was ist denn das? Ich weiß, dass es heute vorbei ist Ich merke schon wie spaßig das hier ist Ich bin sicher! Was ist denn das? Ich bin sicher! Ich bin sicher! Oder? Das war's. Das war's. Wir haben es doch geschafft. Und das spawned direkt neu. Ja, ja. Das war's. 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 Du. Das war's. Vorsicht! Wie geht der Spruch? Kämpfe niemals gegen einen, der nichts mehr zu verlieren hat. Ich werde dir zeigen, wie viel du noch zu verlieren hast. Und ich habe die mächtigste Sirene des Planeten, um das zu tun. Liz, töte den Kammerjägern. Wir haben noch ein Date mit dem Krieger. Tu es, Liz! Was ist passiert? Was zum Anker ist passiert? Der Splatwing, und jetzt das? Kammerjäger, wir treffen uns in Sanctuary. Wir müssen Lilith zurückholen. Geil, dass ich jetzt hier in so einem Lager bin, wenn mein Inventar eh schon voll ist. Tut mir leid, die ganze Beute jetzt hier liegen lassen zu müssen. Nein, Sniper muss ich mitnehmen, ist stärker als meins. Was ist das? Was ist das? Willkommen, das Artefakt will ich eigentlich schon behalten. Weg damit! Noch was Brauchbares hier Schade um die ganze Beute ey Ich fühl mich ganz komisch Das Gerät mit dem Jack mich traktiert Roland Scheiß Dreck Kammerjäger Du bist alles was wir noch haben Jack hat Roland getötet Er hat Bloodwing getötet Aber Lilith wird er nicht töten Jack wird noch etwas Zeit brauchen den Kammerschlüssel aufzuladen Du musst herausfinden wo dieser Krieger begraben ist Es gibt nur einen Ort auf Pandora wo du diese Info findest Die Hyperion Info Stockade Da musst du hin Alles klar das werden wir aber jetzt nicht mehr in dieser Folge machen Sondern in der nächste Alles klar Das war's dann mit der heutigen Folge Ich bedanke mich fürs Einschalten Und bis bald Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen